ja willkommen heute zu einem chilligen stream und immer noch mit interface fehlern und das lädt und überhaupt was weiß ich dauert wohl noch alt hat er noch gar nichts geladen was ist denn los mit dem game nichts guten so let me have a look there we go so ich weiß gar nicht warum ich diese garnisons geschichte überhaupt immer noch machen gewohnheit ja kommt machen deswegen ja okay stimmt es schief mit uns umgucken was noch so anliegt dass da können wir machen kennst du zu low erst eine spezielle quest das kann man vergessen da geht gar nichts okay dafür sind so stark genug was ist das ist der einzige fehler und das ist glaube ich immer noch nur atlas loot der den fehler bringt also von daher truff geschickt geschickt der wieder 79 prozent und der ist jetzt schon so gut wie vorbei look at it der war bringt es nicht du bringst es auch nicht dann wird es das ein jahr 100 prozent das brauchen wir wirklich nicht mehr das war ich glaube das war operation der himmels clown kriegen wir nämlich mit 615 haben wir nirgends er zackst ja ich weiß ganz alles im game nachschauen der ist halt noch drauf gewesen in meinem alten interface ich muss das noch ein bisschen anpassen das stimmt schon da hast du wohl recht dass mein brief kästen jedes monat natürlich wir sind Ziehen wir unser Bier in den Kopf. Äh, Zauberfolianten. Und den Schiss. 500. Great. Okay, Moment. Da hin. So, Instanz, oder was? Warte mal, ich muss meine anderen Jungs auch noch zuweisen. Mal gucken. Beziehungsweise habe ich da auch noch eine Questreihe, die ich noch machen muss. Für die Ordensgeschichte. Müsste, sage ich mal. Müsste. Warte mal, ich bin im Discord. Du aber nicht. That sucks pretty hard. Also ich bin jetzt auf dem Discord. So, Mittwoch wird jetzt offiziell umbenannt. Allerdings will ich meine Server nicht verlieren. Ich weiß nicht. WoW oder andere Games. Ich würde ja gerne Minecraft noch vor WoW anhängen, oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wir machen Donnerstags. The Community Spaß, wie ich schon gesagt habe. Das wäre allerdings früher. Ich weiß ja nicht, wie die Leute das passt. Ah, egal. Wir haben ja noch Zeit, Schapal-Durlaub. Dann kann ich mir das durch den Kopf gehen lassen. Habe ich erwähnt, dass Freitag ausfällt. Ja, ne? Ja. Was? Was? Ich verstehe dich nicht. Oh mein Gott, bin ich so leise? Was? Gau mal im Stream, du bist extrem leise. Ich habe jetzt mal den Pegel auf 100%. Das ist besser. Oder muss ich nur mit der Zeit? Es ist besser, aber es ist, wenn jetzt hier irgendwas gehen sollte auf dem Bildschirm, jetzt bin ich gerade im Ladescreen, ja. Geht's aber sonst. Warte, lass dich mal gucken. Ich dreh dich mal hier noch lauter, wenn das geht. Benutzer-Lautstärke 150%. Tell me something. Test, test. Tell me something. Äh, was, was, wer, wie, worum? Wo, wo in den Proben? Ich bin unschuldig. Ich glaube, 168% ungefähr ist in Ordnung. Erstmal. Ich gebe immer 168%. Ja, mindestens. Mindestens. Schauen wir mal, ob wir was tanzen. Ja, doch, okay. Jetzt bist du doch sehr laut. Ja, das ist gut. So muss es sein. Ähm, so muss es sein, um mit dem. Muss in die Ordnungshalle. Ähm, ja, also, basically Instanzen. Ich weiß nicht, äh, normalerweise wäre der Werdegang oder der normale Werdegang war, sag ich mal, dass du jetzt erstmal mit 110 Worldquests freischalten kannst. Das ist eine Quest, wo du einfach nur kurz mit Khadgar und Dalaran reden musst. Ähm. Ein paar davon habe ich, ja. Kriegst du, ähm, im kompletten Broken Isles, äh, abgesehen von Broken Shore und Argus, kriegst du überall Worldquests freigeschaltet. Ne, ich glaube, in Broken Shore sogar auch. Ähm, also auf der kompletten Insel kriegst du Worldquests freigeschaltet. Und, äh, da gibt es halt als Belohnung Items, Order Resources, Gold, ähm, etc. Ähm, als zweites gäbe es dann eben den Broken Shore. Das ist nochmal so eine kleine Angrenzung, die kleine Angrenzung unten, wo du nochmal ein paar Quests hast, etc. Wo auch der erste, äh, der, das, ähm, Grab von Sagaras ist, der Raid. Ähm. Wo es auch Quests dazu gibt. Aber das beste Loot an sich kriegst du im Endeffekt aus Argus, wo du auch eine Pre-Quest dazu machen musst. Und, ähm, da musst du dann jede einzelne Insel freischalten für Worldquests, etc. Yeeha, ja, Worldquests kann ich nämlich eben noch nicht machen. Die Quests, äh, in Argus sowieso noch nicht. Aber, das ist wirklich nur eine Quest, wo du, glaube ich, nur in, äh, die musst du in Dalaran annehmen und kannst du dann basically direkt wieder abgeben bei Khadgar. Ich, warte mal. Ähm, irgendwie Exploring the Isles oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall solltest du dir die Worldquests schon holen, weil die immer ganz nett zu machen sind. Oder relativ einfach, sag ich mal, zu machen so. Ich weiß allerdings nicht, wie sehr es sich jetzt noch lohnt, wirklich konsequent, das Story durchzuquesten. Ja, ich würde hier gerne schon fliegen. Ich brauche die Achievements. Ich bin jung und brauche die Achievements. Jaja, gut, also... Nee, jung bin ich nicht mehr. Ich werde nächste Woche 35. Goddammit! Wann genau ist dein Geburtstag eigentlich? Ich... Neunter, das ist Mittwoch, glaube ich. Also... Äh, Donnerstag. Oder Donnerstag. Ja. Ich habe ja Urlaub, also ich denke, ich werde tagsüber auf jeden Fall mal online kommen. Streame, irgendwas, wenn geht. Aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ja, also ich... Ähm... Weiß nicht, ob ich da... Wenn du früher streamst, alles normal. Ja, könnte im Urlaub öfter passieren, dass der Streamplan halt sich... erlegt. Früher oder später, da muss ich ja mal... Muss ich gucken, weil wir müssen mit dem Haus fertig werden. Das ist... Ne? Aber klingt ja so, als wäre ich schon halbwegs fertig. Ja, klar. Also ich denke auch, also an meinem Geburtstag kommt die Küche. Bis dahin sollte es eigentlich fertig sein. Müssen wir mal gucken. Du hast das Geschenk. Hier hast du eine Küche. Bauen wir rein. Ja, kann ich erst was kaufen. Sehr schön. Ja. Ja, ne, wir können ruhig rumquesten. Äh, rum, rum, äh... Lol, ne? Das... Dungeons machen. Wo ist Katka? Moment, ich habe hier zwei, drei verfügbare Quests, okay? Ja, genau. Ähm... Ja, für dich dürfte am sinnvollsten sein, wahrscheinlich... Zumindest, wenn ich nicht dabei bin, am sinnvollsten sein, dass du erstmal deinen Erfolg machst, damit du auf Brock'n Isles fliegen kannst. Das gilt aber nicht für Argus. Also auf Argus kann man, äh... Stand des... Zum momentanen Stand nicht fliegen. Wird man wahrscheinlich auch nicht fliegen. Okay. Ist ja nicht schlimm. Nicht schlimm. Nö. Und das ist ja... Teleporter-Mechanik ist das ganz okay. Aber trotzdem, was wir zu zweit jetzt sinnvoll machen können, wäre entweder Stormheim anfangen zu kästen oder einfach Dungeons zu grinden, basically. Ja. Das hatte ich mir halt auch überlegt. Dungeons abgrinden. Für Gear, weil ich kann noch nicht mal heroisch, glaube ich. Also zumindest über LF, ja. Du kriegst halt super gutes Anfangsequip für die ganzen Argus-Quests und sowas. Ja. So um die 180 oder sowas rum, schätze ich. Archeologie. Ach, scheiße. Archeologie habe ich ja auch noch. Fuck me. Okay. Da war ja was. Okay. Du brauchst 160 DS und hast 154 für Heroic. Sag mal, Quest-Gegenstand. Was soll ich dir einschmieden? Kann ich gern tun. Ein Azure, no no. Really? Ja, das sind... Also was du da rauskriegst, sind dann basically die Mets und hergestellte Sachen zu upgraden. Für die Allianz. Also wenn du als Schmied zum Beispiel irgendwie eine Rüstung herstellst, dann gibt es da Upgrade gerade. Bis zu maximal 10 Mal kannst du die upgraden. Und dafür benutze halt das Objektierung. Beziehungsweise in Legion, äh, in Argus ist es dann schon wieder, ähm, Primorial Obliterium. Kann schon sein. I don't know. Atomortus, WoW geht doch jetzt sogar mit, ähm, in zwei Wochen mit Battle for Azeroth noch weiter, oder? Oder haben sie... 120, 115 Mal mindestens nächste Woche. Übernächste Woche. Übernächste. Ähm, ja, 110, indeed, Atomortus. Ich habe allerdings auch, äh, mit 100... Ne, mit 100 habe ich aufgehört. Ich habe also nur 10 Level nachgeholt. Wenn du bis 85 aufgehört hast, hast du zu Rest of the Leech King aufgehört, oder? Ne, eins danach. Was? Was ist das? Kata-Krisen. 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 Ich weiß nicht mehr. Irgendein Addon war nur 5 Level. Kata-Krisen. Kata kam vorm MOP. Ach, Kata habe ich ganz vergessen. Ja, stimmt ja. Ja. Und ich glaube, Kata war auch nur 5 Level. Ja, das kann sein, tatsächlich, ja. Nachdem ich Kata auch nicht gespielt habe, weil ich mit WoW-TLK aufgehört habe. Also nochmal 5 Level. Kata war aber eigentlich ganz geil. Das hat voll Bock gemacht. Also ich habe es mir schon mal angeschaut, aber es hat mich jetzt nicht geflasht. Irgendwie. Kein Plan. Also ich fand, ähm, die letzte Instanz fand ich ziemlich cool. So weit war ich nicht, glaube ich. Äh, soll ich jetzt für Random Normal Dungeon anmelden und bis du 160 bist? Was habe ich hier gemacht? Hier war ich ja schon ewig nicht mehr. Im PvP-Bereich hier unten. Ähm. Da gibt es auch den Schwarzmarkt. Ja, ja, ich vergaß. Ich vergaß. Oh, Guard Agro. Ey, du Sack. Oh, schier. Nichts, das, Bisch. Oh, Mann. Merke gerade. Dass du so in den Sack kriegst. Ne, dass ich das Mikro zu tief habe. Ja, ja. Die sind zu zweit. Da kriege ich natürlich auf den Sack. Ah, der Dispersion, Bisch. Tschüss. Big Daddy. Ah, der zieht mich komplett ab. Sack. Toxic. Gut, Dad. Ja, me dead. Indeed. Weil das Mikro über den Tasten war. Ich konnte mich gar nicht richtig wehren. Na ja, mit 17k live, glaube ich, kannst du dich generell nicht so gut wehren. Nee. Da unten ist aber ein Quest, deswegen. Habe ich gedacht, ich pimmel da mal hin. Aber, wer sei denn jetzt? Wo zur Hölle liege ich? Muss ich mich jetzt bei dem Scheißgeist wiederbeleben? Nee, ne? Nö, du kannst doch in die Kanalisation. Ich sehe aber meinen Mark nicht. Ja, das ist schon klar. Aber. Du liegst direkt hier unten, vor der Treppe. Ich sehe das gar nicht auf der Map. Warum? Normal sieht man das doch. Eigentlich war es. Ah, doch. Aha, jetzt sehe ich es. Der kleine Sack. Der kleine Sack ist auf der falschen Ebene. Yeah. Looks like it. Jihau. Aber was ist Glück, bin ich ausgeruht auf dem Maximum Level. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich hier eingesammelt habe. Best log. Ich könnte ja eigentlich mal nach Ironforge. Da wollte ich die ganze Zeit schon mit warten. Dass ich das hier machen kann, im Stream. Ich war noch nicht wieder in Ironforge. Mal gucken, ob es abgeht. Ob mir eine abgeht, besser gesagt. Wahrscheinlich. Let's have a look. Jesse, guten. Bitte, nachdem du? Nachdem ich nie Allianz gezockt habe, habe ich jetzt nicht so viel Ahnung davon, wie Ironforge aussieht oder aussehen sollte. Wieso, kannst du dich doch rein sneaken. Ja, aber was gibt es denn da? Magne. Toll. Ja. Warte mal, wo ist denn hier Ironforge? Da kämpfe ich lieber in Stormwind. Das Aha oder so. Ja, ja. Kenn ich alles. Ja. Ja, me failed. Das sind die falschen Portale. Es gibt ja ein Achievement, wo du den Auktionator in Stormwind bzw. O.G. umhauen musst. Stimmt, da war was. Was ich ja total bescheuert finde. Wieso? Kannst du raiden, ist doch geil. Ja, aber doch nicht den Auktionator. Was ist denn das? Wen sonst? Der ist am schwersten zu erreichen, ja? Würde ich jetzt mal behaupten von allen NPCs. Klatsch den Flugmeister oder den Bankier oder sonst was. Also, jetzt mal in Stormwind. Ja. Das ist immer noch so, zumindest. Was mach ich denn? Sag mal, wie verstrahlt bin ich denn? Wo ist denn jetzt hier? Da, Nassus Eisenschmiede. Da. Porch me. Dass wir die Namen übersetzt haben, komme ich immer noch nicht drauf klar. Dass die damals den Patch rausgebracht haben und Stormwind hieß Sturmwind. War das ein Classic oder ein PC? Das neue Monster Hunter. Ja. Ich hab's sogar. Ich hab's nur noch nicht einmal in die Konsole eingelegt. Monster Hunter. The World. Ja. Würde ich gerne mal. Wenn ich mal Zeit habe, würde ich es sowieso gerne mal angucken. Aber ich würde warten, bis Void wieder da ist. Aus seinem Urlaub mindestens. Weil der hat's nämlich auch. Und wir wollten das eigentlich zusammenspielen. Also. Ja. Irgendwann auf jeden Fall. Um deine Frage zu beantworten. Das kommt doch. Das kommt doch Ende 2018 mit PC. PC, ja. Ja, PC. Richtig. Aber nicht. PS. Woo. Iron Forge. Ja, PC hol ich's mir vielleicht auch. PC, ja. Damn, dann muss ich mir nochmal holen. Du meintest die PC-Fassung. Ja, gut. Das dauert noch, ja. Die Musik, Alter. Sehr geil. Wie oft ich schon bei der Musik eingeschlafen bin, wenn du eine neue... ein neues Add-on rauskam. Neun Tage. Das ist ja gar nicht mehr so weit. Das ist ja nur noch zehn Tage. Neun Tage. Echt? Das ist ja auch nochmal an meinem Geburtstag. What the hell? Da hab ich sowieso keine Zeit an meinem Geburtstag. Das ist echt so. Cool. Good to know. Ich guck mal, ob ich's irgendwie... ...wir dann vielleicht doch nochmal für PC holen. Mal schauen. Dann wär's sogar noch naheliegender. Lettings geht am 14. hier die DLC weiter... Äh, DLC Add-on. Moment, hier kann ich doch sogar fliegen. Warum reite ich denn? What is happening? Iron Forge for the win. Ich hab noch sechs Minuten CD auf meinen Dala-Ruhestein, deswegen. Was ist, äh, was ist dein Plan? Hm, ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ach, good times. Good times hier in Iron Forge. Willst du dich auf Heroic fahren mit Quests, oder willst du dich mit Dungeons auf Heroic fahren? Muss Quests sowie Dungeons machen. Ich hab auch, äh, Quests für Dungeons. Also, äh, kann man quasi beides machen. Boah, der Könzidenz. Ja, dann melde ich doch noch mal. Morgen am... So ein bisschen da... Bist du DD? Ich bin Tank. Ja, dann dauert das ja wohl nicht lang. Wahrscheinlich nicht so. Ich bin vor Iron Forge. Lang nicht mehr hier gewesen. Goddammit. Good times. Allerdings, es wäre gestinken. Als ich angefangen hab, wie wir hier zu zeigen, hab ich mir mal ein Genom erstellt. Echt? Da hab ich einmal Iron Forge gesehen, so ungefähr. Das, äh... Da gab's doch da eine eigene Questreihe für Gnome. Gab's ganz am Anfang auch nicht. Da war was, ja. Ähm... Ich hatte mal einen gespielt, auch mal testweise. Ich erinnere mich aber nicht mehr. Münzkunde. Zum... Das dauert immer lang. Es ist auch kein so großes Erlebnis, ein Gnome zu spielen. Hammer. Ne, das ist wirklich nicht so... Über... ...fragend. Äh... WTF. Ja, Micha. Genau, da war eine Erinnerung. Euch hab ich auch lange nicht mehr online gesehen. Spielt ihr überhaupt noch? Ne, ne? Keine Zeit, geh ich mal stark von aus. Hehe. Yay. Aber ja, da geht mir schon voll einer ab. Neltarionsort. War ich da nicht schon mal? Klar. Bitte nachholen mehr von unserer Verbündung. Ohi. Muss ich eigentlich hier im Normalen irgendwas beachten, was mir DBM nicht sagt? Wahrscheinlich nicht, ne? Mit DBM bist du schon... Wahrscheinlich... Wenn du auf DBM reagierst, bist du wahrscheinlich schon besser, ist die meisten Randoms. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber selbst wenn du auf DBM nicht reagierst, ist es in NHC ziemlich sicherlich eigentlich. Da geh ich stark von aus, ja. Ohi, Säure-Tropfen, geh weg, DBM. Ich will wirklich einfach nicht quennt schaden. Ach Gott, ey. Mit meinem Equip ist das natürlich echt bescheiden. Du machst viel zu viel Schaden, Mann. Ups, ich hab hier gepullt, sorry. Warte, ich verblasse, schon gut. Mann, hab ich drauf... Good times. Die Skills sind noch ein bisschen eingerostet. Ja, allerdings, äh... Dafür, dass wir früher Progress-Raid gemacht haben, bin ich echt kacke unterwegs im Moment. Naja, also, Micha, ich werd's jetzt so spielen, einmal die Woche wahrscheinlich, ja. Vielleicht zweimal. Im Stream, sonst gar nicht. Weil das komplette Programm wie früher, wo wir noch alle zusammen geradet haben, kann ich mir auch nicht mehr leisten. Das geht nicht. Zeitlich. Ularock. Ne, das ist nicht, ja. Rock, 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 mover. Juhu, laber nicht. Hallo? Achso, ich hab auch immer noch meine alte... ...Tastaturbelegung im Kopf. Und wundern mich, dass nichts passiert, wenn ich Shift drücke. Weil den Skill gibt's nicht mehr, ja. Beim Shadow. Oh, yeah. Ausdauer. Yes. Ein Prozent besser. Nice. Schön war's, auf jeden Fall. Kann man ja nochmal... ...jeggendwann nochmal nachholen, du den Spaß. Also, ich hab's mir jetzt eigentlich auch nur wieder angeguckt wegen dem neuen Add-on. Schauen wir mal. Was ist eigentlich hier mit Fische werfen? Warum? Warum soll ich das tun? Oh, zum Heck. Ah! Da ganz rechts an der Wand gegangen. Was zur Hölle? Ich fuck hier komplett rum gerade. Was ist das? Ah, jetzt. Wer hat mir eigentlich levitieren gegeben? Nessia. Nessaya. Fucking levitation. Hallo? Levitieren. Wegklicken. Danke. Viel besser. Ich liebe Sachen, die wegspringen. Ich weiß. Jo, mal reinschauen und so. Wie gesagt. Vielleicht. Eure Chars gibt's ja mit Sicherheit noch, ne? Keiner unserer Diener. Aber er hat für unser Flusssagen, die auch eh nicht mehr zurückkriegt. Nein! Ja, das war echt Neues. Wie gesagt, wenn es sich mal gibt, sagt mir Bescheid, ja? Wo bin ich denn jetzt da? Oh, 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 was hast du denn da abgecrabbelt? Ja! Nichts was ich wollte, aber leder, also kannst du es auch nicht brauchen. Nö. Great. Well, that sucked. Wasn't me. Indeed it was me. Und auf den anderen Priest schieben. Ja, das wäre nice. Auf jeden Fall. Also, ich will schon mal wieder Bock. Sie was, sie was. Ja. Ihr Vibesvolk anwiesen. Ich habe Schadenmimik. Ich kann wenigstens behaupten, dass es dies war. Er was, er was. Urtaler Würmer, erhebt euch. Wenn wir die Beschwörung abschließen, kommen wir nicht mehr zu Dark World durch. Wenn sie kommt. Narraxas wird ein Pestmahl aus euren Knochen machen. Ja. Ja. Oh, doch. Oh, yeah. Ja, hier ist noch einer, ne? No more. Is dead. Kriegst du schon hin? Ja. Gerade so. Ja. Alter, was sie einfach gar nichts können, die Bosse hier, ne? Unglaublich. Sag mal, das Ende von der Instanz muss ja eigentlich der Arsch von dem Wurm hier sein, oder? Äh, nicht unbedingt. Weil wir sind jetzt gerade in seinen Mund rein. Das heißt, irgendwann kommen wir auch wieder raus. Ja, das heißt aber auch nur, dass er in diesem Eingang gewohnt hat, oder... Ne, die sagen hier in diesem, in diesem Dialog, dass, dass du in seinen Mund rein musst, weil... Er schon, aber er sagt ja nur, ähm, in the piece of treasure you seek will be found on the other end of this beast. Und die Belohnung für das Biest findest du ja schon unten in dem Wasser. Ja gut, gut, okay. Kann man so auslegen, weil... Also, no worries, no worries. Warte mal, warum hab ich dich eigentlich nicht als Fokus gesetzt? What the heck am I doing? Okay, woher das hier nur so rumfäle, Alter? So, du bist jetzt erst mal mein Fokus. Warum sollst du nicht als Fokus setzen? Weil ich mit meiner Gedankenexplosion alle Gegner um dich drumherum gleichzeitig attackieren kann. Das war für den Arsch, das ist wohl wahr. So, und jetzt warte mal, wie ist denn mein Fokusbefehl? Shift-F, jawohl, alles klar, okay. Kann losgehen. Oh, how the fuck did he do this? Alter, was für ein Bobby von... Tot. Ja, Mama. Was für ein Bobby? Aber hey, hier kann ich meine Quest abgeben. That's great. What the fuck? Great. Best beende und was ist das hier? Ja, cooler Scheiß. Sweet. Okay. Let's... Also, Gruppe verlasse ist dumm. Dungeon-Gruppe verlasse. Jetzt sind wir wieder in einer Gruppe. Und du bist automatisch wieder mein Fokus-Target geworden. Cool. Leb wohl. Ich hoffe, unser nächstes Treffen hat... Ich meine, ich kann auch heilen, so ist das nicht, ne? Port dich mal zurück nach Dala und erledige die Quests, weil dann dürftest du, glaube ich, schon 160 haben. Alleine wenn du in der Mitte von Dala diese zwei oder drei Regionen-Quests abgibst, die du hast. Also ich habe hier sowieso ein Item, was besser ist, bekommen schon beim ersten Boss. Aber ich gebe dir jetzt ab, ja. Oh way. Wie ich jedes Mal verraffe, dass man hier in Grasus' Landeplatz spawnt, ne? Ich dann rausrenne und such Grasus' Landeplatz. Jedes Mal. Guck, aber inzwischen kannst du ja auch überall Mounten. Also direkt, wenn du dich importest, Mounten. Ja, ja klar, nein. Aber wenn du nicht fliegen kannst, musst du ja Grasus' Landeplatz benutzen. Ach ja. Ja, und jedes Mal renne ich dann raus, gucke und dann fällst du wieder ein. Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt, aber am Anfang bin ich echt einmal im Kreis gelaufen. Jedes Mal. Ich habe schon wieder das Datat verbreitet, dass du mich wieder wirst. Äh, so, was haben wir denn da? Was sind das? Sehnen gebunden Hände. Hals, Ausdauer, Crit, Vielseitigkeit könnte man nehmen. Außerdem Kette des Unterkönigs. Ausdauer, Crit, Mastery, das ist besser. Ich nehme das und ich nehme das. So, jetzt bin ich Item Level 154. Hattest du da vorne nicht 155? Wie? 101, 52? 101, 52. Ja, sowas in dem Dreh, meine ich. Okay, 51, 52, okay. Ja, genau. Soll ich nochmal anmelden? Indeed. Indeed. Yay. Hoffentlich komme ich schon wieder in dieselbe ranzige Instanz. Was? Insel hüpfen? Ah, okay. Wieder mal Zeit. Das heißt, die Quest geht weiter. Da bin ich früher auch immer gerne mal reingerannt. Ja, ich fliege die ganze Zeit da rein. Aber das ist auch so, es ist auch so gut gelegen, weil es direkt dem krasses Landeplatz liegt. Ja, schon. Da kannst du super gut reinfliegen. Das sucked. Aber ja, ist tatsächlich so. Was? Wieso? Achso, da. Ja. Da ist er ja. Wie geht's? Weiß ich noch nicht. Das ist was. Kann sie sich. Es geht ab. Silgrin, nee. Lecker von mir. Äh, das glaube ich nicht, nee. Zumindest nicht standardmäßig. Bleib sauber. What am I looking at? Ist das die Quest im Leben? Doch. Insel hüpfen. So. Äh. Äh. Nee, die kommen sowieso nicht durch. Auch wenn du einen Link postest, wie der blockiert. Night Bobby. The Night Bobby. Äh. It's really. Unawesome. Komm, load the map. Da hat mir ja schon mal gar nichts anderes übrig. Insel hüpfen. Quest beende. So los. Noch ein Quest. Why? Eis nach Dalaran. Krieg ich grad noch so hin. Ich würd gern mal andere Instanz sehe. Gibt's eigentlich noch Sockel und so ein Gedöns? Nee, ne? Nein, es gibt schon noch Sockel, aber es gibt keine Farbingsunken mehr. Es gibt halt wenn und nur prismatische. Ja, deswegen gibt's auch nur bei mir einen Tempostein. Und, ähm, Enchantments gibt's drei. Ja, im Endeffekt auch nur noch, äh, Regen und Schulter Enchantments. Und Schulter ist halt nur so Plünderer, also ich plündere Stoff, plündere, äh, Fleisch oder sonst was. Hier kommt rechtzeitig für den ersten Schlag der Legion der Dalaran. Warte mal, wir sind ja in, in de Festung. Hammer geil, ich erinnere mich. Aber schade, dass ihr das nicht miterleben werdet. Äh, ich hab diese EDI zu WUTK-Zeiten gehasst und ich hasse sie immer noch. Echt? Ich fand die geil, zu tanken vor allem. Ähm, sie ist nicht kompliziert, aber sie ist halt einfach so ewig. Also, du, du wartest, im Endeffekt wartest du 30% der EDI nur darauf, dass Typ erscheint und ein Portal aufmacht. Yay. Kann mir das vorstellen, ich mir das vorstellen. Aber es ist immer random, ja, ist halt... Möchtest du's besser? Ja, also... Ich fand die cool. Musst du nicht so viel laufen, ja. Als Krieger ist man immer standardfaul. Und dann, wie gesagt, ich find halt einfach, dass sie sich ewig in die Länge zieht. Naja gut, das ist wohl wahr. Also der Trash ist quasi noch unnötiger als er sowieso wahrscheinlich ist. Das mag sein. Hey, tschüss! Oh, hinter mir. Oh, der ist orientiert. Die Curse me! Ah, daneben nicht. Oh, komm, das dauert zu lang. Ich weiß nicht, ob die Pile in der LH-7-Klasse gehen. Von was träumst du? Ja! Die Curse ist ja wohl relativ einfach. One-Click-BG fertig. Alles klar, da geht's weiter. Let's get it on! Wow. Wo bist du? Alter! Ziel ist nicht im Sichtfeld, du Sack! So kann ich natürlich keinen Schaden machen. Wo sollte ich denn als Tank sonst stehen, außer genau da drüben? Ja, aber ich hab dich nicht im Sichtfeld gehabt, also konnte ich kein Gedanke-Explosion machen. Das war schade. Ja, hier gerade schon, da war die Treppe im Weg, glaube ich. Ja, Treppen sind sowieso jetzt. War das nicht hier eine Instanz von Burning Crusade? Nee, BOTLK. Echt? Ja, ja. Damn it. I don't remember. Das steht ja in Dalaran und BOTLK ist halt die erste... Stimmt, Dalaran wurde ja da. Ja, genau, stimmt. Dalaran ist Hauptstadt. Ja. Da war ja was. Ja, Lutz meine fucking 1400 DPS, what's. Du machst sogar die meisten DPS? Ja, jetzt gerade. Zufall. Ich kann ja auch buffen. Da war ja was. Nice. Obwohl das hier sicher nicht erforderlich ist. Ich glaube, das Team hat ja... Also vom Selfie her zumindest. Hat er das jetzt... Das hat er original, nachdem ich gebufft habe, hat er das geschrieben, ne? Gerade, im Gruppenchat. Du hast Spaß am Schmerz. Beides, indeed. Hast Blut, Prinzessin? Äh, ja. Wenn du die aus den Raids in BOTLK kennst, das heißt, es gibt, dann... Hm, kann ich jetzt gut. Nur halt. Billiger. Ja. Deutlich. Ich kenn die. Ich hab alles geradet bei BOTLK. Also Burning Cruise. Ich hab eigentlich alle Raids. Außer die jetzt vom letzten Adon. Also zu 100% sogar. Sehr, sehr schöner Damage bist. Zumindest wenn die GDs wissen, wie sie den BOTLK müssen. Ja. Das war ein Spaß. Fand ich immer sehr cool. Boom, bist. Hat mir auch sehr gefallen, muss ich sagen. Cool, cool. Got it. Also ich hab hier offensichtlich auch gequiesst. Und jetzt, Partyhörs. Jetzt mal wieder warten. Portal, CD, 9 Sekunden. So lang dauert es im Orbital. Naja, das ist aber nur, bis der Kerl erscheint. Bis die Leute dann aus dem Portal kommen, sind es dann nochmal 10 bis 15 Sekunden. Stimmt. Wo ist das Ding? Alter! Was siehst du? So, ich hätte jetzt noch DOT setzen können, aber ich bin so faul. Ja, guten. By the way. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ja, gut. Aber es ist ja magisch, Sarah. Genau deswegen hast du ihn. Vor allem als Heiler. Du hast als Dulu-Heiler, hast du in dieser Instanz nichts zu tun, außer springen. Ja, natürlich. Du sprichst 70% der Instanz einfach nur hin und her, um irgendwie dir Zeit zu schinden. Also als Bäumchen meinst du? Ja. Ja, da passiert gar nichts, das ist richtig. Aber gut, ich meine, es soll auch zwei Tasten mit so aus dem Boss-Weil zu spielen. Ja, ich muss dich noch ein Ticken lauter stellen, gefühlt. Während im Kampf höchst war, dass du was sagst, aber meistens nicht was. Ich hab ja auch nicht so wichtig benötigt. Ja, genau. Ja, das gehen wir schon eingepegelt. Für die anderen Games musste ich eh wieder auf 100% stehen. Seht ihr schon, komm, jetzt bist du schon wieder in meinem Sichtfeld. WTF? Ja, der kickt. Ja, der kickt. Ich bin einen Schritt nach vorne gegangen, weil da war... Flächenschaden da hinten. Und... Das war zu nah. Was denn eigentlich mit diesen blöden Schal denn hier? Aktivierungsgestell? Äh, das sind die Kerzen. Wenn du die aktivierst, kannst du machen, aber solltest du eigentlich nur, wenn die Legion Truppen rauskommen. Also nicht, wenn die Legionskommandanten rauskommen aus einem Portal, sondern nur, wenn die Truppen rauskommen. Okay. What is happening? Nothing. Dann, äh, verlieren alle drei oder vier Ads despawnen die Hacks ihrer Leben. Ja. Beim Kommandanten funktioniert. Das hat nicht so... Eigentlich sind es irgendwie 10% drin. Ach, selbst ich kenne Zitterschund. Den befallenen blauen Drachen, die der Einschwein von Rosa... Den meisten Schaden zu machen, ist nicht wirklich schwer. Zitterschund. Ja. Klingt irgendwie besser. Ja. Das Englisch klingt gerne. Generell besser. Ja. Deswegen habe ich mir das Geld auch auf Englisch gestellt. Ich finde es so viel angenehmer, die ganzen... Ja, ich bin es halt wieder... Das ist so ein Game, wo ich wirklich komplett deutsch gewohnt bin. Früher konnte man es nicht einfach umstellen. Ja. Und deswegen... Don't. Aber den gab es doch auch schon mal, den am Sack hier. Ähm, zweimal glaube ich sogar. Einmal in... In Lichtging auf jeden Fall. Auch ICC. Auch ICC, glaube ich. Und ICC. Das ist doch der, den du nach... Der im Freien, oder nicht? Isera Fighters mit den Eisgräbern. Genau. Wo es immer die Mages gab, die sich irgendwo hingestellt haben und geeisblockt haben. Und es immer jemanden gab, der sich hinter die Mages gestellt hat und dachte, er ist sicher. Und BAM! Laser! Ja. Ja. Das war geil. Supergut. Supergut. Ich war einer davon. Nee. Ich war immer schon Shadow Breezed. Ja gut, das. Ich habe mich immer genommen. Soweit es möglich haben. Du hast einfach Dispersion gezündet und geschissen. So ist es. Ja. Na gut, wie lange hältn die? Sechs Sekunden. Konnte man damals aber noch höher skillen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ich glaub, die wurde genervt, ja. und die wurde noch genervt was hat sie denn jetzt nicht mehr so viel 60 was was für ein abfuck ich glaube ich fange eine andere klasse an ich bin auch mal gespannt was sie hier noch ändern am shadow bis dahin was gelesen hat wenn es sehr lustig ja gut aber ich meine bis sie war halt auch immer eine klasse blizzard einfach nicht sicher war was sie mit dieser mechanik also mit dieser heiler mechanik die sie auf schildern ja was sie ist dass sie damit wirklich anfangen ist halt auch schwierigsten zu spielen wie ich finde also als heiler ist holy priest fucking easy ich habe hier einen grudeligen die die kleine sack ich könnte mich die kürzen kann ich nicht das ist ja netz dann geht es weiter endlich und der mal lang genug gedauert great failmine den gab es doch auch ja das ist alles icc war denn nicht ein icc ich bin mir ziemlich sicher ja ja der fester face aber wenn du jetzt zum beispiel mal auf die andere seite raumseite schaust der mainflayer der kommt raus ich gucke gleich mal das war aber das war auf jeden fall nicht das war karazan ziemlich sicher ja was ich verstehe dich nicht ach so du hast sein silenz auch auf quick bar 7 ohne shortcut oder ja klar ja aber ich hab dich tatsächlich gerade gar nicht verstanden ich mein sie bloß unterbrechen ja hätte ich machen können das ist für mich ein klick den habe ich eigentlich immer am finger interrupt ja klar aber ich meine in n hat sie halt auch vollkommen unsicht ja schon ja schon hey what does that thing he want from me ist das normal hat ja super geklappt wie kann man während dem kampf nur so viel labern ja ich glaube dass man warum sie gerade gestorben ist ja echt bla 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 oh Oh, alrighty then. So, wär mir nur recht. Obwohl ich gerade ne Quest erledigt hab hier drin. Ist getreten, klar. What is up? Immer Hemm im Gear. Oh, nid. Irgendeiner ist eingeschlafen. Was ist das denn? Halls of Valor. Oh, great. Das ist schon ein bisschen interessanter. Vor allem, weil du hier auch im Endeffekt spielen kannst. Also die gleiche Taktik benutzen kannst, wie du in Heroic oder Mythic benutzt. Mehr oder weniger. Okay. Odin. Damit nicht in die Gruppe laufen. Macht Sinn. Ja, schon. Kann sie ja aufteilen hier. Ja. Und das war unser Healer. Wem? Ohne Healer will ich nicht in den Drachen gehen, ehrlich gesagt. Echt? Ja, mich stört's nicht, aber ihr kippt halt alle um. Ja. Obwohl, ich hab noch heilende Berührung. Geht voll ab. Komm, switch schnell auf Holy. Machen wir. Äh, Vampirumarmung. Vampirumarmung kann ich einsetzen. Brauchst du ein Arcades Artefakt gelegt? Mit plus neun. Warum? Weil ich's dir schon geben kann. Also, weil ich's genutet habe und nicht brauche. Plus neun. Ja. Warte mal, ist das Arcan? Ein finster. Nimm einfach. Thanks. Hey, no can use. No can use. Bist du auf VZ, oder? Ein bisschen schon. Wissen kann ich's, ja. Oh, nom nom nom. Dein schon nom nom. Wo ist meine? Komm mal, hab ich sogar noch auf Steuerung D. Für Gesundheitssteine. Sehr geil. Das komplette... In der Phase ist noch Ray-Taublich. Für meine Bedürfnisse. Lol. Wunderbar. Da ist ja einer wieder. Sogar ein Dudu. Was heisst hier Huhu? Achso, auch du hast das geschrieben. Du, du. Ha 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 ha. Lol. Na wo ist er denn? Na was macht er denn? Pst. I'll vanish. Aufsch. Was passiert da? Ah. Häm. 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 Hast du denn gerade ein Ziel gesetzt? Sehr geil. Du hast einen Tonkopf drauf gesetzt, ne? Ja klar, wozu noch mit Shortcuts? Naja, hab ich ja auch noch, aber geil. Bei einem Trash-Mob, ja schon cool. BM Dall? Ich sag Bescheid. Also ich beachte einfach alles so ein Normale und ich sag... BBM sagt mir schon Bescheid oder soll ich interrumpen? Äh, bei dem, ne, aber bei dem gibt's etwas... Komm mal hier zu mir rüber. Mehr zum Boss. Nicht in der Mitte stehen, nicht in der Mitte stehen. Genau, das ist gut. Und jetzt kommt... Oh, an so eine Klinge. Ach ne, bei N hat sie kommt der noch. Lange, oder? What? Jetzt hab ich meinen Damage ausputzt und erbrochen, ne? You see? Voll verkackt. Aber das ist in, in, in Mythic Plus ist der Boss sehr witzig, weil... Sehr oft... Leute nicht genau wissen, wie... Diese, äh... Sturmarten spielen sollen. Okay. Sollen wir versuchen, wenn du zu gehen? Uuuuuh. Boom, man ziehe. So sieht's aus. Oh! Jetzt bin ich fucking awesome sexy. Look at my helmet. How cool do I look? Es sieht voll aggro aus. Ist noch da? Ah ja. Ja. Great. Ich versuch die gerade ein bisschen zusammenzuhalten und hochzuziehen. Guard aggro. Ja. Vieren wär blöd hier. Random aggro by spells kann ich leider nicht fehlen. Nö. Du bist auch nicht stehen. Du. Du wolltest es nur anmerken. Weil der nicht mitgegangen ist mit dir. Äh, ich hab meinen Interrupt-Flash genutzt. Mit einem anderen Dude. Ah ja, ich hätt ihn eigentlich nur unterbrechen gehabt. Ja, ja. Kann du... Ey, nicht mit mir mitlaufen, Heiler! What? Boom, Bitch! So sieht's aus. Ich gebashed. Oh! Nein, nein, die Part will ich nicht. Die Part will ich nicht. Ja, ist gut. Wart, 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 Wart. Sturmgeschmiede da. Mitgepult. Ja, dammit. Das war's nicht du. Nee, das war nicht nicht so gut. Genau die Part wollte ich eigentlich auslösen. Wart ihm ein bisschen nervig sein. Gb. Tote Kopf drauf und ab geht's. Als ob da irgend einer was rafft, he? Ja. Gb. 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 Oh, die nerven echt. Und in drei Engages musst du etwas beachten. Eventuell. Eventuell. Ja, da wäre eventuell ein Silence ganz schön. Aber jetzt gerade ist es nicht wichtig. Ich sehe. Das Schöne an HOV ist halt, dass es zwei bis drei Mechanics gibt, die wenn du sie nicht kennst oder wenn du sie nicht richtig spielst, äh, dich ab Mythic einfach nur rausblasen. Das ist ja eine komplette Gruppe. Was ist sehr witzig. Und, äh, Totenkopf jetzt bitte unterbrechen. Soweit er anfängt zu casten. Quasi jetzt? Ja. Ich war noch nicht nah genug dran. Ich bin aufgeregt. Mein Leben hat einzig zu diesem glorreichen Moment gefühlt. Ja, der castet also. Das war hart unterbrochen. Ja. Aber wenn der durchkommt, naja, gut, auf NRC auch nicht so schlimm. Ne, ich denke nicht, aber gut zu wissen. Aber ab Heroic oder sowas, two-shottet der einen DD mit dem Spell, den er castet. Das ist ja noch ein Moment. Warten müssen wir schnell herankommen. Oh, Pilz, alter. Ja. 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 Ja, ich mein, laut Warcraft Lore sind, ähm, jetzt lass mich nicht fliegen. Menschen und Trolle ja auch nur die Abgänger von, ähm, verfluchten Winterscorn. Ja. Echt? In die Bubble-Würer. Ja. Ja. BWM hat mir schon alles gesagt. Ja. Außer natürlich der Highlight-Zuppei. Ja. So, erledigt. W-Eliya! Der Zahn des Sturms, den teuren Wort. Shut the fuck up und komm hier rüber. Äh, warte auf die denn dritte. Ich werde nicht fester. Ich werde nicht fester. Ja, der arbeitet sich erst per halbestimmt und ab. Achso. Was zur Hölle war das? Ich habe euch enttäuscht, wenn meine DBM-Sounds Der Helm sieht trotzdem fucking awesome aus Welcher Helm? Ich habe Helm ausgebildet, deswegen sehe ich ihn glaube ich gar nicht Oh weh Opfer, Opfer Oh droppt er auch endlich mal Seite hier in dem Puff Geht er langsam mal Zeit Ich hätte noch 100 Ja ich habe auch so viel, aber Das ist jetzt das erste Mal, dass Seite gedroppt ist Hier in der Instanz zumindest Das ist doch keine Rezepte dafür Das ist doch keine Rezepte dafür Das ist vielleicht wahr Der englische Und noch drei Bosse Don't see shit Odin Shut the fuck up Aha Ah Hier kannst du aufmachen Und zuerst links halten, damit du den Drachen nicht pulst Ich sehe den Drachen Und dann rechts Und dann rechts abbiegen Dann tut aller nicht, wo wir sind Hier ist ein Goldfell hier durch Genau Eine der beiden möglichen Positionen vom Boss Hier ist ein Goldfell Hier ist ein Goldfell Hier ist ein Goldfell Hier müssen wir nicht hin Pass auf, weil ich die Pfeilen werfen Genau Komm Fehl los Das sah strange aus, was du da gerade gemacht hast Der Sprung sah komisch aus Der Sprung sah komisch aus Das gehört so Das gehört so Da ist er was in Das 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 Die Das war's für heute. Wohin? Du bist lustig. Nach da hinten. Wieso? Einfach nur so, dass du nichts holst und dass du Zeit hast. Das ist ein Lutscher, hm? Ist das so? Wer ist denn next? Skowald! Jetzt müssen wir nur noch einmal zu einem Boss hinlaufen. Was, was, was? Wir sind so schnell. Weil wir jetzt nur noch in die letzte Kammer laufen und da dann die letzten beiden Bosse falten. Ah, die sind beide in der letzten Kammer. Okay. Great! Äh, ist das der richtige Weg? Äh, einfach zurück quasi. Ja, ich folge euch schon. Ich hab euch schon auf dem Schirm. Ich kann die Karte lesen, weißt du. Mit dem Speedbuff bist du schneller, wenn du nicht gemountet bist. Great. Tell me that. Deswegen will ich so langsam. Gut. Weil in der Regel jede Klasse so ein 10% movement Speedbuff oder sowas hat. Da hat jemand gepult. Und ohne Scheiß, diesmal war es wirklich nicht. Ah, siehste. Kieser. Achtung, da kommt ein Donnerrufer dazu. Macht sehr gut. Auch nicht. Aber mein Buff ist jetzt leider abgelaufen und deswegen muss ich mich... Verdammt. Gut. Verdammt, hier steht kein Biercube mehr. Ah, was zur Hölle. Ja. Ich hab's nicht mehr geblieben Beheir me some Beheir me fish Die Brücke hoch Knie stornen, Angriff, Ausweiche. Danke DBM. Ja, ich muss das noch mal ein bisschen anders konfigurieren. Das sind ja alles Homies. Sogar Thor mit TOR. Alter, der sieht ja abgefuckt aus. König Rolf. Rahnlolf. Schatten gesperrt, holy crap. Das hätte ich dir auch geraten. Ich werde euren Tod genießen. Meine Kraft verletzt. Nur sie gescheitert sind, werden wir bestellen. Ich bin geschlagen. Du sagst nicht. Schau. Dem Sieger und seine Worte. Ich habe die Aegis von Aldramar. Soll euch gehören. Äh, Blabatran. Das ist ein guten Break. Ich habe mich bewiesen, Odin. Ich bin Gottkönig Skowald. Dieser Sterbliche werden mir die Aegis nicht streitig machen. Die Sieger haben ihren Anspruch nicht gemacht. Skowald. Blablabla. Wie es ihr Recht ist. Odin, blablabla. Okay. Wenn Sie die Aegis nicht aus freien Stöcken übergeben, dann soll Ihr Tod mir diesen Dienst erweisen. Gebt die Aegis auf oder sterbt. Die Aegis nicht aus freien Stöcken übergeben. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Hi. Thanks for charging. Schuss. Therend. Gnad. Ah, auch. Ja, der hat ein Quest-Gegenstand für mich. Und nochmal 20 Sekunden. 20 Minuten, nein! Aber ja, da gab es einige Instanzen, wo echt so viel Gelabe abging. Ja. WC. WC und WTLK auch. Ich erinnere mich an WTLK an die Höhlen der Zeit. Generell, der Abspann. Ja, die Höhlen der Zeit waren Burner. Stimmt, HBZ. Mit Arthas, der halt nicht auf Lauf, sondern auf Walk-Animation war. Quer durch Stratholm straten musstest. Da war was, stimmt. Nur damit der Kerl sich von irgendwelchen bescheuerten, zeitverzerrten Echsen verkloppen warst. Bla, 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 bla. Ich meine, das Einzige, das Einzige, wozu du Arthas in diesem Dungeon gebraucht hast, war, dass du dieses Scheiß-Bücherregal hinter dem ersten Boss aufschieb. Mehr musste der nicht tun. Den Orkan kann er sich sonst wo hinstecken. Aber ja, stimmt, das war die Ammen mit meinem meisten Gelaber, die Instanz. Ja, ja. Ja, das war pain. Der hält aber aus. Was ist los mit dem Kerl? Ähm, 3% noch 10% an. Müssen wir nur auf 80% an, wenn wir sie holen. Aber ja, 10% an. Enough. Great. Hier sind wir das. Mhm. Okay. So wie, nix, nix Geiles bekommen. Schade. Schade. Naja, gut. War trotzdem sehr nice. Annehme, abgehen. Jetzt mal mit dem König Hadlor. Nee, echt jetzt. Alter, ist der Massive. Odin. Reason. Das könnt ihr so passen, hä? Joink. Joink. Und dann, Gedankenkontrolle. Ah, schade. Äh, ich will aber nicht fliegen. Warum nicht? Voll geil. Wenn ich selber fliegen kann. Ja, okay, argument ich nicht. Kann nur so. Wee. Wee. Fehlt uns jetzt ein Heiler, oder? Ja. Ah, damn it. Du bist da auch als DD. Warte mal. Nö. Tanken ist 0. 0 von 1. Fade. Ja, keine Ahnung. Das ist so lieb. Lul. BOW lügt dich an. Ja. Wie viel Eye Level hast du eigentlich inzwischen? Äh. 156. 155. Baby Steps. Das wird schon. Was ist das für ein... Das sieht lustig aus. Oder ist es? Äh, die Instanz, für die du auch eine Quest hast, in Wall Street. Ach, Finsterherz, Dick, ich... Finsterherz, Dick. Okay, Levitieren, Abschalte, und dann... Müsste ich doch nochmal gucken. Äh, jetzt hat er Levitieren ausgeschaltet. Jetzt geht's. Ist das dein Target? Ich seh dein Target. Warum? Das hab ich aber... Alter. What is happening? Target of Target angeschaltet. Eigentlich... Aber eben noch nicht. Ich hab eh gerade gesehen, zwei Sachen, die ich noch am Interface anpassen muss. Eiter, Pelz, Grizzly, Igitt. Ne, das ist nicht Target vom Target, das ist Target vom Fokus. Das ist Target vom Fokus. Ach, shit, da muss ich gleich mal raussuchen und wegmachen. Instancing for the win. Oh Gott, ich bleib einfach auf dir drauf und mach Gedanke-Explosion. Nein. Das sind so viele Ads. Obwohl, wenn der Heiler schon mehr schade macht, soll ich mir vielleicht Gedanke machen. Der Heiler ist Diszi. Ja, ist ein Diszi, hab ich schon gesehen. Wenn ich irgendwas auswendig schon nur am Aussehen erkennen kann, sind es Priest-Klasse, ja. Ja, das glaub ich dir. Wie seid ihr denn da hochgekommen? Ah, kommt jemand? Oh, 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 ich bin runtergefallen. Achso, ja, alles klar. Ich bin so auf mein Interface fixiert gerade. Kann ihn jemand unterbrechen, damit der herkommt? Wo ist er denn? Wen? Den? Oh, das auch noch. Ja, unbedingt. Wer kommt? Her damit, alles. Das war ich nicht. Kriegen wir hin, oder? Ja, sicher. Na klar, siehst du. Gar kein Thema. Soll ich die anderen unterbrechen, wenn ich kann? Aber mein Unterbrechen... Soll ich es irgendwie schaffe, die Caster in meiner Nähe zu halten? Ich kann sie halt höchstens jetzt noch betäuben. Also eigentlich muss man hier nur zwei Gruppen holen. Ja, eigentlich. Dachte ich mir das schon. Keine Ahnung, was da gerade abgeht. So. Ich weiß nicht, wie viele es gerade waren, aber vier oder fünf. Bestimmt. Was kriege ich jetzt im Diszi-Schild? Willst du die? Nee, du pullst die nicht. Komm mal, das ist der Heal. Der eine DD hier, der pullt immer alles. Der ist da gerade ganz gezielt reingelaufen. Der Schamane. Die kann er jetzt so lange haben. Nachdem er so dreist, pullt. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber es sah verdammt danach raus. Von From Behind. Er ist gerade zu den Bären hingelaufen und hat sie angeblitzt. Ja, siehst du. Kann auch weg. Oh, wow, da habe ich auch schon Instant Akku bezogen jetzt. But it's dead. Gut, aber in einer normalen Random Gruppe ist das keine Diskussion wert. So was. Ist keine Diskussion wert, aber da geht es ums Prinzip, dass du nicht als DD zu einer Gruppe hinläufst. Ja, klar, natürlich nicht. Während der Tank gerade dabei beschäftigt ist, die Agro von der Gruppe zu ziehen, die du da vorgepult hast. Da geht es ums Prinzip, so. Ne, generell. Also ich lasse immer die Tanks vorne rum tingeln. Ich meine, du kannst schon... Ich greife erst an, wenn du was angegriffen hast. Schon mal pullen und vor allem, wenn ich mich gerade dazu bereit mache oder sowas. Also wenn ich tanke, kann ich das auch nicht haben, ja? Da pulle ich und sonst niemand. Fertig, ja? Ich meine, ich muss hier auch die Agro halten. Du weißt, ich bin der Agro. Adstruide Bobby Down. Ja, das ist noch nicht einmal besser, das Ding. Wirklich. Ja, es ist M10. Oh Mann. Ja, wenn ein Klaus-Eitem besser ist. Liegt aber auch am Statsquish. Ja, wahrscheinlich. Wie gesagt, auf Argus würdest du halt zwei, drei Quests machen und du wärst auf 160 bis 170. Ja, müssen wir aber erst mal hinkommen, ne? Also ich habe ja schon ein paar Quests davon gemacht. Ich. Ja. Ja, muss ich mich schon mal mit beschäftigen, dann vielleicht die nächste Woche oder so. Nein, alle zwei komm ich hier eh nicht mehr, ja. Wir alle ein bisschen zusammenkommen. Aber ich werde das hier nachträglich auf jeden Fall noch machen. Du meinst da mit 120 oder was? Die ganzen Quests. Okay. Warum nicht? Ja. Hab ich überall anders auch gemacht. Die ganzen Entscheidungen. Ich meine, Argus ist halt schon auch ziemlich story- und sequenzlastig. Ja, klar. Sollte es auch. Ja, natürlich. Aber... Das muss man schon mal jetzt nicht beschäftigt mit der Quest, weil ich... Oder den Quest Rayen, was ich gesagt habe. Ah. Oh. Okay. Die unterbrechen müssen. Also nicht zwingend, aber wenn's geht. Das sind halt zu viele. Ich kann jetzt... Alle unterbrechen. Immer nur einen. Die haben nicht einen vier durchgekriegt. Kannst du mal irgendwas ins Target nehmen? Ich hab was zum Target. Äh, Eichenherz. Ja, okay. Das Wegstein-Target. Das sollte ich mir vielleicht dann doch mal... ...zu Gemüde führen. Mit dem Endeffekt ist. Ich wollte nur sicher gehen. Hätte ja auch von irgendjemand anderem das Target sein können. Bewegen. Ah, okay. Eben. Eben. Dead. Ja, echt, ey. Er hat ja mal machen können. Der Homo-Fürst. Na dann. Nicht durch die Eier laufen. Was für Eier? Die da vorne im Raum liegen. So, dann. Ja, okay. Okidoki. Irgendeiner wird's schon machen. Das muss ich ja nicht. Ja, einer ist... Ja, sicher, sicher. Einer ist durchgepimmelt. Aber nur durch eins. Das ist ja wie bei Leeroy. Ja. Durchlaufen, durchlaufen. Nicht damit schon... Bitte. Nicht mir die Aggro klauen, bitte. Einfach weiterlaufen. Ja, ne, ne, ne. Sagst du das mir? Dass ich dir nicht die Aggro klauen soll? Du solltest mich attackieren, weil ich nur versucht hab, es zu holen und in den Bossraum... Du hast so viel Aggro, da komm ich mit dem Gedanken Explosion nicht ran. Mit einem Mal zumindest nicht. Ja, ich wollte bloß die Patrouille hier irgendwie... Ja, ich kann ja dann auch verblasen oder Schattenmimik. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Wenn ich Aggro bekomme, krieg ich so wieder weg. Geht bloß darum, dass die Mops mir halt... ...in den Raubreit folgen. Naja, klar. Ist logisch. Ich tank halt auch, ja. In NRC. Also schon lange nicht mehr gemacht, aber... Ich weiß, das ist immer vom Vorteil, wenn du DDs oder Highlights dabei hast, die anderen wollen kennen zumindest. Ja, ich achte halt auch drauf, ja. Aber allerdings merkst du auch immer, wenn du DD dabei hast, der sonst nichts spielt. Also der keinen Tank spielt und der keinen Highlights spielt. Ich hab alles schon gespielt. Da sind mit dem Shadow hier auch schon... ...zum Polis-Skillung. Jetzt kann ich natürlich gerade nicht verblasen, aber ist auch nicht schlimm. Er ist eh schon tot. Opfer. Oh. Robe des nächtlichen Beischlafs. Hammergeil. So, Item-Level 156. Shut the fuck up. Wo, wo zur Hölle seid ihr, Achter? Au. Wo bin ich great. Robe des nächtlichen Beischlafs. For the win. Das nächtliche Beischlaf ist. Yeah. Nein, die heißt nicht so. Das nächtlichen Träumers. Das wäre auch eine sehr schlechte Übersetzung von Night Dreamer Row. Das nächtliche Beischlafs wäre geil, ja. Oh wey. Also ich hab DD, Tank und Heal gespielt, ja. Das ist, um nochmal aufs Thema zurückzukommen. Ja. Und welche Rolle liegt dir am meisten? Oder welche Rolle macht dir am meisten Spaß? Äh, Shadow und Tank, muss ich sagen. Heiler ist zwar auch geil, aber ich glaube, fast the Tank sogar. Okay. Wer tankt ist auch witzig. Obwohl, äh, Schattenkriegs der DD auch Spaß macht, ja. Wenn man halt mal, wie der Ege war, mal mehr Schaden macht, macht's auf jeden Fall wieder mehr Bock. Aber das kommt noch. Du sollst dir, also wenn dir Tank Spaß macht, sollst du dir auch auf jeden Fall mein Hunter anschauen. Hunter? Das ist ja, Demon Hunter. Das war Demon Hunter, ja, hab ich gesehen, der kann das ja. Das klingt allerdings sehr einfach. Ich bin halt Krieger gewöhnt, ja. Krieger ist halt, ne, ist sowas anderes. Hm, naja, ich will's nicht unbedingt sagen. Der Lagunachar, äh, ist gut, ja. Jetzt ist er der einzige. Also zumindest würde ich sie nicht mehr unterschiedlich, wirklich auf einer unterschiedlichen Skill-Ebene sehen. Nee, aber ich will sie spielen, meine ich. Die Spielweise. Ich würde sogar behaupten, dass Demon Hunter, gut, ich kenne Krieger-Tank jetzt nur aus, äh, BOTK-Zeiten, nicht aus Ligi, aber ich würde behaupten, das Kit von Linn ist sogar relativ ähnlich, ehrlich gesagt. Ja? Hm. Ja, muss ich mal machen. Ich muss aber auch, warte, Krieger-Tank auf Level 120 dann spielen. Irgendwann. Wenn wir dann in dem Range mal unterwegs sind. Boah, ich muss bald mal dissen und so, nicht so schnell, ja. Hast du schon wieder abgebrochen? Ach, was ist los? Und der Shami ist auch raus. Damn it. Dissen. Ja, okay. Dissen, etc. Instanz, Grubi, Fellas, weil dann kann ich hier noch ein bisschen was dissen. Ja. Obwohl ich jetzt drei Quests rein, oder drei Quests erledigt habe, das war nicht schlecht. Und fünf Level ab, Item-Levels bekommen habe. That's great. Das ist nice. Ich kann doch mal auf meinen Gloggen und schauen, ob wir die Argus-Quest-Reiter zusammen anfangen können. Ja gut, heute wahrscheinlich nie jetzt. Und der Punkt ist halt, dass die Argus einfach vom Gier her den größten Sprung und das meiste bringt. Vor allem, wenn du direkt aus dem Leveln rauskommst, bringt es einfach zum Meister, dass du direkt auf Argus gehst und da World-Quests machst und Quests machst. Aber ich, was muss ich denn jetzt da für eine Quest-Reiter für erledigen? Das kann ja nicht sein. Ähm, das ist, sprich mit, äh, sprich mit, äh, 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 wie heißt? Wie heißt der Priester, der, der Eredar, nicht Eredar-Priester, der... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob du sie einfach so kriegst, die Quest oder von Khadgar auf jeden Fall musst du mit dem... Khadgar hat mir nichts mehr gegeben, der Sack. Auf jeden Fall musst du mit dem einem Priesterkerl am Grasus Landing quatschen. Aha, okay, da gucke ich gleich nochmal. Sobald ich alles gedisst habe, könnte noch eine Weile dauern. Solange du mit Dissen beschäftigt bist und so. Nitra des Hohepriesters, ja, ja. Nicht entzauberbar, okay. Gut. Schieß verkaufen und rappen, aber dann. Dann warte mal, ich kann hier Quests abgeben. Das ist offline, what the hell? Ah, nee, da muss man zuerst mal, ähm, genau, The Hand of Fate. Hast du die Quest The Hand of Fate? Äh, ist gekommen. Ich habe eine königliche Vorladung. Das klingt irgendwie als wenn ich was verbrauchen. Mit den Objectives, äh, Dalaran-Portal nach Stormwind benutzen, optional. Und die Eskorte an Stormwind, bei Stormwind Harbour. Ne, das habe ich noch nicht. Ne? Noch nicht. Da muss ich nochmal ran, weil das ist natürlich jetzt ein... Nix. Vielleicht musst du... Ich bin mir halt nicht sicher, ob du vielleicht zuerst Broken Shaw freischalten... Das kann sein. Ja, das habe ich nämlich eben auch schon gedacht. Das fehlt mir nämlich. Wait a fucking minute. Da muss ich lang. Also bei Krasus ist zum Handeln gezwungen, obwohl das könnte sein. Die Quest-Reihe müsste unter Krokruhn, äh, sein, glaube ich. Also der Region... Ne, habe ich nicht. Ja, noch nicht. Dieses Quest-Lock geht mir so auf die Nüsse. Seriously. Kranz des Violetten Wächters, kann nix. Okay, thanks, bye. Run, little girl, run. Ah, was ist das denn hier? Munin. Zum Handeln gezwungen. Den Detavi. Den war ich so. Okay. Whatever. Wo sind wir jetzt? Kidding me. Okay, alles klar. Ne, hier ist nix. Da müssen wir, wenn gezielt, drauf zuarbeiten. Did him. Need to repair some shit. Und dann need to drink some shit. Ich habe Durst. Fucking wählen heißt der. Wählen. Ja. Profit wählen. The profit, all the penis. Ja, ich erinnere mich. Äh, warte mal. War hier nicht irgendwo die Schmiedi, wo ich reparieren kann? Dinge aus der Vergangenheit, nicht so wirklich. Okay, da geht's bestimmt auch ab. Hey. Hätte ja sein können. How do I look? Oh, fuck. Du musst, äh... Da hat er mir dein Level nicht angeblendet. Was? Hast du generell, also... Ähm... Schon Brockenshaw freigeschaltet? Irgend... Auf irgendeinen Charm? Nicht mehr. Ja, dann musst du da wahrscheinlich die... Entweder das Szenario oder die Quest halt machen, dass du Brockenshaw freischaltest. Ich glaube, das ist ne... Ähm... Äh... Äh... Ne Forderung. Das hier ist nämlich der... Ähm... Am weitesten developte Charakter von allen, ja. Ja. Ähm... Ja. Da kann ich jetzt natürlich nichts tun, ja. Schön. Na ja, klar. Ich habe ja auch in zwei Jahren nicht gespielt oder so. Hast du World Quest schon freigeschaltet? Nee. Also hat es irgendeine Quest und... Ähm... Wie? Seid vorsichtig, Mann. Naja, vielleicht braucht es da jetzt auch irgendeine Pre... Die ich aber schon... Weil die... Ziemlich viele Pre-Sachen sind halt accountweit inzwischen. Das heißt, ich schalte auf meinem Main einmal Brockenshaw freien. Ja, ja, klar. Und ich muss dann nur noch ne ganz kurze Quest reinmachen, damit ich den auf anderen Charts hab. Deswegen... That's correct. Aber... Ja, das hier der am weitesten fortgeschrittene Krieger ist. 90 Laguna. Level 90. Nein, du bist in meiner Gruppe, ne? Ich kann Heroics anmelden. Glaub ich. Ja. Geht, aber... Geht das? Ist die Frage. Ich meine, ich mach auch in den normalen Grad noch ein bisschen wenig Schaden. Auch wenn ich mich... Achso. Hast du jetzt Hero angemeldet? Ja. Sollte eigentlich Hero sein. Ja. Bei einem DG Heroic. Ne, doch nicht. Ja? Ne. Stand aber bei mir. Echt? Ich glaube. Jetzt sagt er mir wieder, ich kann nicht rein, weil du 157 hast. Hä? I don't know. Aber das stimmt, ich hab 157. Vielleicht, vielleicht konntest ich dich gerne anmelden, weil du im Ladestruck... ...Chaird. Ja, das kann sein, ja. Ja, das muss sogar so sein, ich bin jetzt gerade in Stormwind unterwegs. Irgendwas abgeben, königliche Vorladung eigentlich. Ich muss nicht scheiße. Oh Gott, dein Schmuckstück ist sack. Map. Kurzlebiger Frieden. Aufruf an alle Gesichter. Okay. Erstmal du kurzlebige Frieden. Du brauchst echt bessere Schmuckstücke. Ach. Really? Danke. Das hat mir gar nicht aufgefallen. Thanks! Gerne. Aber die Procs da drauf sind halt jetzt die ganze Zeit eigentlich noch besser gewesen. Deswegen hab ich dich drauf gelassen. Ja, das ist halt immer so die Sache. Weil die sind noch aus dem Raid, glaube ich sogar. Aber das ist halt der Punkt, wenn du... Was auch mein Manko quasi ist. Wenn du Raids aufmachst und sagst, ja, abgehst du und so. Was ja jetzt quasi fest implementiert ist, auch im Dungeon-Falter und so weiter. Dann hast du halt einfach immer die Sache, dass du sagst, ja, ich würde genug Damage machen, um mitzugehen. Aber ich kann halt einfach nicht mit, weil jemand gesagt hat, du brauchst die und die Zahl. Und dann ist halt der Punkt, dass du auch mal sagst, ja, ich nehme ein Schmuckstück mit, das ein Scheiß-Proc hat. Einfach, weil es mir so ein GS-Bus bringt. Ganz genau. Weil es irgendwie wieder Schwachsinn ist. Das fände ich auch. Also die Procs sind bis jetzt immer noch besser als alles andere, was mir so über den Weg geflogen ist, ja. Ja, das... Also ich meine, ich kenne jetzt nicht so viele D-Caster-Klassen, aber die, die ich kenne, haben lange Zeit auch keine so vollen Schmuckstücke, bis du dann irgendwann deine Endgame-Schmuckstücke quasi kriegst. Exactly. Bin ich denn jetzt gelandet? In Ashenvale, what? Au. Ach, du hast die Prequests zu BV. Gibt so aus, ja. Aber die ist, äh, bringt dir keine Belohnungen und, äh, Ende halbfertig, sozusagen. Ja, die wird ja nochmal nachgepatcht. Okay, gut. Lassen wir das. Lassen wir das. Genau wie in Silytus. Da kriegst du halt auch nur so eine Introduction-Quest halt. Ja, klar. Das ist schon immer so gewesen. Ja. Sogar zu Burning Crusade, glaube ich. Request. Ich war schon immer dabei. Bam. Allerdings früher eher mit dem Krieger, ja. Ähm. Es ist bescheuert, mich da irgendwann im Medienmarkt anzustellen. Und mit einer riesigen Meute von bescheuerten Leuten die Türen anzuwenden, ungefähr. Naja, ähm, äh. Ja, wie habe ich das denn gemacht? Ich überlege gerade. Weil ich hatte sie immer schon einen Tag vorher, oder noch früher vorher. Du konntest ja eh nicht spielen. Ja. Geschweige denn installieren oder aktivieren, also. Ich habe die ganzen Packungen noch hier rumfliegen, ja. Aber ich habe die, glaube ich, bei Amazon bestellt, allesamt. Sogar Burning Penises. Ich muss jetzt gerade mal Wasser holen. Und gleich wieder da. Vielleicht schaffen wir noch eine, Inni. Weg. Und so. Bist du denn? Krasus, oder? Land the plates. Liest mich. Die Himmelsfeuer begibt sich auf eine äußerst wichtige Mission. Ich muss euch bitten, sie zu begleiten. Meldet euch so schnell ihr könnt im Hafen von Sturmwind. Ich habe ihnen befohlen, keinesfalls ohne euch abzulegen. Ich vertraue darauf, dass euer Mut und eure Verschwiegenheit wie immer der Allianz dienen. Oh, achtungsvoll. König Anwin-Brennen. Folgt mir. Die Himmelsfeuer wird jeden Moment ablegen. Fokus ist Ziel. Da ist es. Okay. Brauchen wir das? Eigentlich schon. Wenn ich einen Main Tank im Fokus habe, habe ich das gebraucht. Was ist das Ding? Bist du da? Ja. Kannst du mich gerade mal ins Target nehmen? Ja, klar. Yay. Jetzt kann ich das Fenster nämlich verschieben. Das ist sonst nämlich nett sichtbar. Da ist mein Begleiter, Begleiter Ziel. Und dann machen wir jetzt dein Ziel unter dich. Nervt das bestimmt. Aber. Fürchte, das könnte Sinn machen. Obwohl, ja, da ist es scheiße aufgehoben. Aber ja, eigentlich macht es Sinn. So, Begleiter und Begleiter Ziel. Das wollte ich ausblenden, wenn wir schon dabei sind. Geht gar nicht, ne? Muss ich deaktivieren. Ah, fuck it. Dann lassen wir es halt doch sichtbar. Keiner. Und Begleiter Ziel. So. Wie war denn das mit den Tastenkürzeln für? Zeichen zu setzen. Ich habe sie noch hier drauf, alles klar. Siehste? Sehr geil. Ich habe es auf die 10er Tastatur gelegt. Die liegen da nicht standardmäßig, ne? Äh, ich glaube nicht, ne. Ne, die habe ich irgendwann mal da drauf gematt. Zum Tanken. Also, Main Target. Secondary Target. Ab geht's. Was war das? Cheap Target? Cheap Target? Ich glaube, das da. Und was war das? Frostfall Target? Ja, warte. Ja, warte. Ich habe sie noch drauf, ja? Ja, also. Das war schon gut. Ja, wenn sowas spießt. Schaffen wir noch eine Instanz? Was meinst du? Äh, ja, klar. Warte mal, zufälliger. Ah, ist schon. Okay. Ich weiß, ich bin ja fix. Ich springe einfach durch. Gut man hier aus, ja? Perfekt. Da bleibe ich jetzt hier und gabel hier rum. Ja, Perfekt, das bringt dir ja zu viel. Uri. Zeichen der Foto. Ich könnte ja eigentlich auch mal ein Heal-Spec machen, wenn wir auf dem Maximum Level später sind, für Instanzen abzugrinden. Was glaubst du, wie schnell wir da mitgenommen werden? Ja, klar. Was ist denn das für ein Honk? Ich meine das große Teil da, sondern hier vorne, den Vogel auf dem Mast. Vogel? Mast? Was? Kali Mastee. Im Ladescreen, meine ich. Wait a minute. Jetzt habe ich dich schon wieder nicht mehr als Vogel. Geht's noch? Jetzt aber. Trinity, mir ist warm. Ehrlich. Würde ich das am liebsten schreiben, kann ich aber nicht. Das war ein Gilden-Chat. Hallo, wo ist er? Ah, hinter dem Balke geht's noch. Er zaut ab. Oh, mein Gott. Toiped. Das ist alles. Ich bin eingesperrt. Das ist ein Boss. Ich hatte's aber. Bäm und Bäm und you're dead. Ich finde das schön, dass ich mich jetzt nicht mit dem Tank-Aspekt auseinandersetzen muss momentan. Was ist das auch nicht? Lauchte Ledergüttel. Ich denke schon, das ist einfacher als früher wahrscheinlich, ja? Anders auf jeden Fall. Ich meine, es hat schon noch auch viele, viele Stimilarity. Ja, muss. Schnecke. Schnecke. Die Schnecke. Schleif, Schleim. Interessant. Ach, komm. Bye. Was, was zur Hölle tust du? Aha. Levitate some shit. What? So, ich hätte dich an dem Target. Ah, Fail. Kann man natürlich gut unterbrechen. Wui, er ist doch noch gekommen. Das ist ja mal scholl. Erinnert mich jetzt aber echt an Tempel. Ne, Quatsch. Das war gar nicht im Tempel. WT? Viel Tempel. Ja. Wiese, Lady Wasch. Äh, mein... Hat es die Türen oder sowas? WC? Ja, WC. Ja, ja. Ja, ich bin schon. Ja, dieselbe Stimme. Auf Deutsch zumindest. Sie können euch holen. Ich weiß nicht, für mich klingen die fast alle neidisch. Ja, stimmt. Die klingen alle gleich. Sir Pentrix. Sir Pentrix. Das ist auch ein Boss. Great. How cool. Ich will den anderen aber nicht mehr. Die klingen. Ich habe das Gefühl. Hey, Was ist denn? Wie schön aber? Was ist denn? Hallo. Und ich weiße. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir sehen gerade den Wind. Ach so, der Wind. Der Wind, ja. Der ist ja mal nice, der Kerl. Kommt ja aus dem anderen Loch wieder raus. Was ist das Typ? Wir müssen also ausbrechen. Wir sind Boden. Wir sind so. Die Boden kommt. Pantrix. Toll. Trink mir nur nix. Where are you? Hast du die Krabben mitgenommen? Nein, hast du nicht. Die sind aber rot. Nicht hier lang. Ich weiß nicht, ob du da auch gut durchkommst. Joink. Hunter. Hunter hat immer Probleme mit Bewegung. Ja, ich merk's. Da Hunter. Die Höhle kenn ich doch noch vom Questen. Oder? Tue ich. Bin mir nix sicher. Boom. Wegge. Ja, tschüss. Nichts weit rechts laufen hier. Ich seh's. Wir sind eigentlich ziemlich eingeengt hier. Sehr. Er geht. Ich dachte, die patrouillieren, aber die stehen nur dumm rum. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. er lebt noch gut klafft der bart gasige blasen direkt danach kastet er auf das erdbeben und wenn du in dem erdbeben stehen bleibst, dann ist die blase zu stehen ok das klingt ziemlich easy wenn er zu stehen ist, dann ist die blase abbrechen so viele schleimige schnecke hier, es geht ja mal gar nicht klar ich hätte ja mal im wasser landen können was der hell ist das, da, asharas zorn, great, that's cool toll gutes timing, um den kampf zu beende die flut steigt, alle werden vernichtet gut ach der ist ja schon almost dead gut für mich kann ich die ganze zeit starte aber tot absetze ich werde sogar zum, zum loot hingesaugt, wie cool ist das? easy haben wir das geschafft klar easy ok habe ich das jetzt, ja ok gut, ich muss jetzt aber hier raus ich muss nämlich jetzt aufhören beziehungsweise jetzt gerade noch die quest abgeben gibt es schon wieder upgrade upgrades und dann gucke ich vielleicht nochmal nach trinkets oder so aufhören ok ja komm go go Da habe ich eigentlich bald mal alle Artefakte eingesammelt. Das gibt es doch gar nicht. Nicht Sturmhain waren wir, oder was du ja noch gar nicht. Und Surama auch noch nicht. Surama ist eine ziemlich lange Questreihe. Ich habe den Gezeitenstein seit Ewigkeiten nicht mehr intakt gesehen. Doch da ist er. Ich und mein Volk stehen tief in eurer Schuld. Wir werden sie euch vergelten können. Nein. Wir werden so bald wie möglich nach Asuna zu erreichen. Es gibt noch viel zu tun. Ich habe mich nur gerade geräuspert. Ne, davor, das habe ich nicht verstanden. Achso. Ja, Sturmhain hast du ja noch gar nicht gemacht. Ja, es fehlen aber nur noch zwei Artefakte hier in diesem Keller-Dingy. Aber jetzt habe ich zwei Stück aus Instanzen abgegriffen, deswegen war ich jetzt ein bisschen verwundert. Es gibt in jeder Ding eine Instanz. Ja. Also mindestens eine Instanz. Wo du dann auch hin musst, um die Ding... Also in Asuna war es jetzt eben gerade das Auge von Asshara, wo du die Quest hast. In Asuna war es in Asuna war es in Asuna war es in Asuna war es in Asuna. High Mountain war es in Asuna war es in Asuna. Ähm... Stormheim ist es glaube ich... Jetzt lass mich nicht lügen, Hall, so Fela, wo du hin musst. Und Surama musst du dann glaube ich... Ähm... Ne, weiß ich gar nicht. Bei Surama weiß ich nicht. Helm des abtrünnigen Eroberers. Ach was. Ja man. Das PVP-Scheiß, ja klar. Ne, ist es nicht. Du kannst dir noch die alten Sachen holen, ne? Äh... Die alten... Die alten Sets. Geil. Ich hab die zwar noch auf der Bank, aber geil. Ohne Scheiß, ich hab die alle auf der Bank. Ja. Aber nicht wenn ich alle paar Meter mein Outfit endere. Lohns nicht. Ja, ne klar. Ja, ne klar. Das mach ich dann erst, wenn... Wenn ich... Geileres Outfit habe und es sich nicht jede... Jeden Tag wieder ändert. Wenn ich also erst nach dem nächsten Questen am 14. mache ich das. Ich hab den ganzen Tag frei, hab ich es erwähnt, ja? Ja so. Ich hab ja wohl. Also die Server sollten ja um 12 Uhr wieder online sein, ne? Ist doch normalerweise so. 12 Uhr mittags. 12 Uhr nachts. Sehr gut. Verdammt. 12 Uhr nachts. Ja... Okay. Weil ich... 24 Stunden... Ja, möglich. Ich hab das bis jetzt immer... Von 0 Uhr bis 0 Uhr. Ich hab jetzt... Außer Burning Crusade hab ich bei jedem... Addon... Hab ich mich eingeloggt und hab gespielt, bis ich das Maximum Level hatte. Und dann hab ich mich ausgeloggt und zwei Tage gepennt. Muss ich überlegen, da wär ich dann fast dabei, wenn du von 0 Uhr bis 0 Uhr zockst. Ja, je nachdem wie lang es dauert. Wahrscheinlich länger, ja. Also ich zocke dann wahrscheinlich wirklich durch. Mit... Mit Pausen. Die werden dann zwar hier am PC stattfinden, aber ja. So hab ich's mit allen... Außer Legion offensichtlich und Burning Crusade gemacht. Hm. Klingt nach einem interessanten Plan. Das heißt, ja. Das ist echt so. Ein Sixpack Bier, ein Sixpack Energy Drink. Damals noch Stang Zigarette. Da ging das voll ab, ja. Ja, klar. Ja. Dick durchgefressen, halt. Kaffee. Ja. 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 Ja.